Emanuel Kontini Jan Engel fasst die aktuelle Wetterlage so zusammen, es regnet und das ist wunderbar für den Wald. Bestes April Wetter So wie man es aus seiner Jugend kennt, Jan Engel, Sprecher des Landeskompetenzentrums Wald Brandenburg, soll erklären, wie toll der regenreichste März seit Jahren für die Wälder rund um Berlin war. Ein verregnetes Frühjahr ist das Beste, was einem Wald passieren kann. Die Fakten sind eindeutig die Region Berlin-Brandenburg ist die trockenste in Deutschland und hatte in den vergangenen fünf Jahren vier trockene Sommer. Der Deutsche Wetterdienst meldet nun für den März 2023 es war der regenreichste März seit fast 20 Jahren und die Niederschläge waren 60 Prozent höher als im langjährigen Vergleichszeitraum von 1961 bis 1990. Dieser März steht im krassen Gegensatz zum März im Vorjahr war es das viertrockenste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Auch im März regnete es in Berlin mit 70 Litern pro Quadratmeter fast doppelt so viel wie im langjährigen Vergleichszeitraum. In Brandenburg waren es 63 Liter, 75 Prozent mehr als sonst. Doch selbst dieser hohe Wert ist im bundesweiten Vergleich so gering, dass Brandenburg auf dem vorletzten Platz hinter Mecklenburg-Vorpommern bleibt. Der Regen tut Gärten, Parks und Wäldern richtig gut, sagt Stefan Natz, Sprecher der Berliner Wasserbetriebe. Aber der angenehme Niederschlag gleicht das Niederschlagsdefizit von mehr als 400 Litern aus den vergangenen Jahren nicht aus. Unklar ist auch, wie es im Sommer weitergeht. Denn es gibt eine seit Jahren gleichbleibende Entwicklung. Jedes Jahr ist es wärmer als das Jahr zuvor. Sollte es im Sommer regnen, sorgt die Hitze dann für mehr Verdunstung, sagt Natz. Es gibt also keinen Grund zur Entwarnung. Längere Trockenheit kann zu Ernteausfällen von bis zu 30 Prozent führen. Patrick Pleutpa auf Senken und Gräben in langjährig trockenen Wäldern füllten sich wieder mit Wasser, sagt Jan Engel vom Landeskompetenzzentrum Forst. Er sagt aber auch, wenn man sich den Trend letzten Jahre ansieht, ist zu befürchten, dass der Starkregen vergangenen drei Monate eine Ausnahme ist. Aber immerhin verschafft er den Wäldern eine Verschnaufpause und die jungen Bäume haben eine Chance zu wachsen, zu. Landwirte müssen noch durchhalten und auf den Feldern? Der Regen hat uns Landwirten auch gut getan, sagt Henrik Wendorf, Präsident des Brandenburgischen Bauernverbandes, der Berliner Zeitung. Weil es zwischenzeitlich etwas wärmer war, haben einige Pflanzen schon angefangen zu wachsen. Und Regen tut dort immer gut, aber für die Landwirte steht die wichtige Zeit noch bevor. Denn die Monate April und Mai sind entscheidend für das Wachstum auf den Feldern. Und nett. Untertitelung des ZDF für funk, 2017